Ein Moment, alles um und um vergessen und mit Familien ein tolles Erlebnis zu haben. Dabei sein zu können, auch das machen können, was andere Familien machen können. Es ist strenger, es ist anstrengend, alles hier hochzuschleppen. Aber nachher wird man auch belohnt durch fröhliche Kinder. Wir sind der GKB sehr dankbar, dass sie uns hier unterstützt und uns ein Stück Freiheit ermöglicht. So ein bisschen Unbeschwertheit, alles um und um vergessen, Sorgen vergessen, schwere Momente vergessen. Einfach draussen in der Natur sein, es ist einfach unbeschreiblich schön. Ein bisschen Normalität. Ich glaube, es ist wichtig auch für die Entwicklung, den Wind zu spüren, die Bewegung zu spüren, die Geschwindigkeit und einfach das Karfen selber. Das ist so ein gigantisches Gefühl. Das schönste ist immer, wenn du ihn vorne gehörst, weil es ihm so Spass macht. Du merkst es durch die Gestik, durch die Mimik und eben der Höhepunkt ist dann nämlich noch, wenn er vorne am Lachen ist. Das finde ich ist auch richtig und ist auch wichtig, wenn wir das machen, weil wir gehören dazu. Der Nils gehört auch in unsere Gesellschaft und es ist schön, wenn er auch für die Gesellschaft dreht wird. Der Nils geht ein Sch Frederik, wenn sie mit dir wissen, ist ja auch für die Gesellschaft, Frau Kita Katz. Untertitelung des ZDF, 2020